So, und da sind wir wieder. Ähm, die Uhr tickt. Wieso tickt die Uhr? Ich dachte, das hätten wir schon. Haben wir das nicht? Ist das, äh... Oje, oje, oje. Ähm, tja, herzlich willkommen zurück hier im... ...im... ...Stress... Irgendwo ist hier... Und die lässt sich nicht durch. Ah, da hinten. Ui, ähm... Das... Ähm, Moment. Irgendwie ist das grad... So. Okay. Ah, haben wir das jetzt? Okay. So. So geht meine... So. Ja, wow! Das ist ja... Das ist sehr stressig. So, da ist noch einer. So, gut. Ähm... Sorry, ich musste dich sehen. Haben wir das jetzt? Gut. Ähm... Noch einmal... ...herzlich willkommen, servus und willkommen zurück. Ähm... ...hier bröckelt alles. Es ist grad... ...etwas stressig. Wir sind wieder da. Mit wir meine ich jetzt. Diesmal Olli. Idrig. Oh, Hammer. Okay, passt. Ähm... Gibt's hier noch irgendwas? Hier bitte. Wir nehmen alles mit, was... ...nicht nid- und nagelfest ist. Hackness. Die Bombe haben wir entschärft. Sehr gut. Oh, wow. Ähm... Wir sollten jetzt, glaube ich, den guten General finden. Denn Olli will wissen, ob er wusste, ob die Tanks aus Papiermaschine waren. Und wir natürlich auch. Blutzucker ist zu hoch. Wie können wir denn senken? Mit Insulin, oder? Was kannten Olli alles? Eigentlich das gleiche wie... Schubidu, du bist noch gesünder. Oh, das ist aber sicher nicht verkehrt. Oh, yeah. Das ist toll. Krieger. Ja, Olli... Olli ist der Tank. Olli ist einfach der Tank. Gut. Ähm... Hallo? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist Milchpulver, oder? Das hätten wir als Sally gebrauchen können, oder haben wir als Sally benötigt. Unser Fantasy-Bild. Aber ich habe doch alles eingesammelt, oder? Habe ich... Den Hammer können wir nicht mitnehmen. Ich befürchte, unser Zuhause, das wir hier aufgebaut haben, ist am Zusammenbrechen. Die Dreck. Okay, Hammer. Alles klar. Leer. Na toll. Super. Leer. 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 Ist diese Reise wirklich nur noch ein... Tja, das... Oh, das ist gut. Das ist eine interessante Frage. ich weiß nicht ob das so toll ist aber der gute ollie hat recht wahrscheinlich kommen wir hier sonst nicht raus das heißt ich bin jetzt runtergegangen und ich darf jetzt wieder alles rauf gehen da liegt es schon ordentlich da liegt noch help packages und so komme ich da dann wieder rauf da wollte ich eigentlich nicht hin reines wasser das ist gut und ein medik ist sehr schön freundlich ich weiß nicht ob man die brauchen werden ein kühles bier das war es dann hier anleitung zu angepasst der energie zu nehmen naja da sind wir noch voll viel okay das ist müll da sind noch vier jungs ja sollen sie mal sein ist okay okay fuck ähm blurry vision können wir das vielleicht wieder abstellen diesen leicht zeichnen ah es wird besser sehr gut wunderbar dankeschön habe ich die jetzt auszunocken ich könnte eine flasche werfen aber ganz ehrlich drauf geschissen dann komm 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 dann Was ist denn das rote Minustropfending, ist das was, was... Wie schauen wir denn aus? Blutzucker... Der ist zu niedrig, oder wie? Oder... Oder wie? Wir haben kein Essen und Trinken... Wieso haben wir... Hey, ich versteh nicht... Wieso haben wir überhaupt keine Dinge? Ah, hier, Blutzucker zu niedrig, was können wir denn da machen? Sieges Fleisch erhöht die Ausdauer... Johannisbeere... Probieren wir es mal... Nein, das hat damit genau überhaupt nichts zu tun gehabt... Grapefruit, da ist auch Zucker drinnen, oder? Wie kann ich denn meinen Zucker... Ah, so... Ja... Okay, da war Zucker drinnen... Gut, Oli braucht immer Zucker... Der gute Oli braucht Zucker... Der ist irrtümlich verstorben... So... So... Jetzt müssen wir mal gucken, wie kann man denn hier... Ui... Wieder raus... Oh, das sehen wir gar nicht... Oh... Oh... Wo ist denn meine Finger? Wie? Komm mal... Und... Ja... 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 Hast du recht? Hör hier... Alles gut... Feuer... Ein Fangchen... Jetzt muss ich nur auf dem Ruf kommen... Ich muss nur auf dem Ruf kommen... Wir sind nicht wirklich wirklich auf dem Ruf kommen... Komm mal... Leben ein bisschen... Ich habe... Schade von Worten... Sorry... Zu deiner Basis zurückkehren... Oh mein Gott... Alles wieder zurückgehen... Ah nein... Hier gibt es eine Aufkürzung... Das ist gut... Ah... Hier sind wir runtergekommen... Ah... Okay... Alles gut... Da oben rauf... Ui... Es ist Nacht... Da oben sind wir rauf... Ah ja... Kollegahs... Katsch... Oh... Das war nicht so gut... Oh... Das war nicht so gut... Au... So... Und jetzt schnell... Heilbalsam... Oh... Das war doch nicht so gut gefolgt... Das hat mit... Arthur und Sally Wade aus besser funktioniert... So... Haben wir hier noch was? Nein... Da wollen wir nicht rein... Oh... Oh fuck... So viel Sprengstoff... Oh... 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 Das sind etwas viele... Oh... 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 Oh shit... Ich habe keine Hälfte mehr... Habe ich nicht... Habe ich nicht... Easy Cheesy... Obwohl so easy kann es nicht sein, weil ich habe keine Zeit mehr... Die werden noch... Oh... 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 Okay. Gut. So, ist das Heroes zu entschärfen? Junge, Junge, Junge! Okay. Ich könnte definitiv sowas wie Heilmittel brauchen. Voll da, für uns brauchen wir alles nicht. Ah, da ist ja gut. Ist du Plasma? Ja, nehmen wir auch mit. Kennen wir schon. Da ist eine Kiste, da komme ich nicht dran. Gut. Aufwärts! Hallo? Ah, für uns. So, jetzt aber. Gut. Ah, so viel Action! Hm. Ja, ja, lass mich bitte... Ah, schon wieder kein Zucker mehr. Margels Puppe nehmen wir mit, eh klar. Und das Bild nehmen wir auch nicht. Sonst noch was? Diese Margret, beziehungsweise die Erinnerung. So viel Zeit soll es sein. Ähm... Ich glaube, sie haben eine neue Bombe. Woher in der Hölle sind sie zuerst? Oh, warte. Sie haben etwas missen. Und zwar? Nein, ich glaube, sie haben es gefunden. Oh je. Auf das Dach. Wo ist die fucking Leiter? Können wir da jetzt noch rein? Nö. Da ist die Leiter. Oh, schnell, schnell, schnell. Am Rad drin! Hopp, 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 hopp. I think they've stuck the fuse in. They're running away from it. So, alles drauf, ja? Well, I've always wanted to try it. Parachuting, I mean. I've already broken my legs once. Don't recommend it. Wir werden hier noch alles durchsuchen. Gut. Dann... Meine liebe Margret. Oh man, was geht's? Das geht's. Ja, sie kommt immer so. Oh. Oh yeah. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ah, for fuck's sake. Wow. Oh, das fucking Wanker ist wie Rubble. Ich bin nie wieder zurück. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es wird mir sagen, dass ich nicht wusste, was ich nicht wusste, was die Tanks. Er hat es. Aber wir können nicht ins Militärkampf kommen. Ich weiß nicht, ob dieser Soldier helfen kann. Der, 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 der die Weisterl hat. Oh. 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 Ich fühle mich überraschend schlecht für einen Mann, der aus einem Gebäude fuhr. Dein Blutzucker ist wahrscheinlich hoch. Du musst einen von diesen Syringen benutzen. Du musst eine Glukosespritze um ihn zu senken oder warte. Wenn der Blutzucker zu niedrig ist, hat Oli weniger Gesundheit, bewegt sich langsam, ist schwächer und beleidigt Leute. Aha, nutze eine Glukosespritze oder iss etwas. Haben wir so eine Spritze? Ja. Alles klar. Oh, bin ich schlecht. Ich denke, es ist eine Spritze. Danke sehr. Süßes, süßes, süßes. Sollen wir jetzt alles süße einsammeln, oder wie? Ich glaube ich... Wir sagen jetzt mal hier noch süßes und dann gehen wir mal zum Schutzraum. Dann hätten wir das... Okay, laufen kann aber sicherlich auch nicht besonders gut oder lange. Nö. Honigbeschafften drin. Ah, das sind auch... Ja, die werden uns aber wieder stechen, ne? Wollen wir die abgreifen. Letztes Mal haben wir das ganz geschickt... ganz geschickt mit dem... anderen Typen gemacht, oder was? Oh. Da sind Rose. 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 Es sei denn, wir finden jetzt einen, der uns das abnimmt. Aber das... Okay. Ne, ne, ne. Das hat nicht geklappt. Gut, vergiss das. Was ist das? Das Canary-House. wir schlagen uns jetzt einmal zum Sicherheitsraum durch das wird sich in dieser Episode noch ausgehen aber ich hab doch Moment, ganz kurz Heilwalsam, ja genau Oh Mann, Olli ist gar nicht so der robuste Tank für den ich ihn gehalten hab Unglaublich Oh, die brauchen wir ganz wichtig Die Balsamhose Honig beschaffen Wie soll man denn fucking Honig beschaffen? Und als Olli sind das sowieso Anscheinend Personen und Grater Die von allen gejagt wird Und den niemand leiden kann, so wie es aussieht Das wird lustig in den Städten Und den Bobbys und den Leuten Weil die werden uns einfach Die werden uns einfach absolut attackieren Egal was wir anhaben Oh Mann, oh Mann Eher suboptimal das Ganze Wird vielleicht Ziemlich tricky Das Ganze mit Olli durchzuspielen Das Ganze mit Olli durchzuspielen Das Ganze mit Olli durchzuspielen So, jetzt haben wir es geschafft Das Ganze mit Olli durchzuspielen Eine Leuchte Waffen haben wir aber definitiv genug Das ist wunderbar Wenn wir nichts haben Nichts zum Essen Nichts Süßes Aber Wo war denn das jetzt? Aber wir haben Einen Arsch voll lassen Gut Ich würde das jetzt gerne einsetzen Da ist nämlich stockfinster Wie kann ich denn jetzt? Ah, leuchtet da war sie eh Oh Mann So Entstriegel Ah, brauchen wir gar nicht Oh, zack Wunderbar Schlagstock Auf gute Nacht Eine Erinnerung Ah, das machen wir in der nächsten Episode Noch kurz umgucken Ob hier jemand ist Nein, wunderbar Also Alles gut Wir haben unser erstes Safe raus Können wir da jetzt Keine anderen Luken Okay, alles klar Gut, dann Liebe Leute Vielen, vielen Dank fürs Zusehen Das war es hier mal mit Olli In der nächsten Episode geht's weiter Vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Servus Das war es hier mal mit Olli Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020